wir haben wieder tone in elix ich weiß gar nicht was passiert ist dass das nicht funktioniert hat unbekannte kleine schwachsinns fehler wieder mal wo auf einmal kein ton da ist und ich schon fall kleiden müssen dann auf einmal für drei parts und ein part holen oder keine hintergrundmusik und kein katz in ton und keine leute die reden sind im spiel ich hab's gehört ich hab's natürlich gehört aber mein aufnahmegerät hat sich anscheinend entschieden etwas umzustellen zwischendurch wie bei der resolution das hatte ich auch schon mehrmals die resolution bastets gut gut und dann zwischendurch bast mal irgendwas nicht und bei manchen spielen wie fallen oder kann ich auch keine checkpoints laden werden dann nicht so viele quests gemacht apropos quests machen reden wir mit uns an lieblingsgefährten und die leibungsgefährten zuerst nennen wir fallschaden folg ich brauche ich brauche hier wir nehmen zuerst wenn anders mit du mitkommen mitkommen geht klar ich hasse diese biester wollen wir sie umbringen gleich doch wenn umgebracht du wirst dich freuen nachher noch oder du wirst dich richtig freuen du wirst dich richtig freuen dass ich diesen schakal umgebracht habe wenn die viecher nicht wären eigentlich ganz nett hier das ist eh tot der friedliche schakal ich glaube es hat so eine quest die ich irgendwo abgeben kann wenn wir mit würde meine rüstung kleiner wegen deiner verfolger hier ist die rassschede sehr gut der tod steht ihm gleich viel besser es dauert einen moment ich habe folgende information im converter von ignodon gibt es einen tresor mit dem code 4486 wie genau kommst du an diese information heran das zu verstehen würde monate des studiums voraussetzen ich habe jahre an dieser technik geforscht und die alps haben dieselbe technologie nein ich habe meine forschungsergebnisse unter verschluss gehalten wieso habe ich damals nie etwas über deine forschungen gehört viele von uns haben an neuen technologien geforscht aber nicht jedes projekt war erfolgreich ich schätze dass nur die projekte im fokus ihrer aufmerksamkeit standen die auch tatsächlich anwendbar waren das mit einem verfolgern hat sich erledigt zu meiner vollsten zufriedenheit deine effektivität ist äußerst eindrucksvoll da ich mich in meiner neu gewonnenen freiheit nun anderen dingen widmen kann würde ich mich erkenntlich zeigen ich höre ich beginne heute mit den vorbereitungen dafür brauche ich allerdings noch etwas zeit ich denke ich weiß schon wo ich mein vorhaben umsetzen kann ich werde mich nun um die umsetzung kümmern am besten wir sprechen morgen noch einmal darüber dann sind meine vorbereitungen abgeschlossen du weißt ja wo du mich im lager findest ich glaube es gibt weitere teile der alp rüstungen wird diesen konvert haben also gehe ich mich kurz mal dort umschauen da ich ja nicht ein geheimer kleriker und kein geheimer alp nimm dein schwert raus nimm dein schwert raus nimm dein schwert raus wo rennst du hin was geht hier drüben ab fahren wir gleich rüber schauen wir zuerst nur noch super rein rüsensuppe tiefresistenz stark knochenbrünen stupe diese nennen wir oh boy ich habe die star wars lasten belegungen im kopf unterschiedlich oder ist eine fette flach abkassiert haben wir auch nice unterschiedliche darsten kombinationen haben wir hier mit borderlands bin ich fertig ich möchte das seht vor borderlands finale oder lands tiny dinos wonderland ah ich weiß nicht warum sie das viel ob nein das ist geklitscht ich schätze hier passen wir besser auf nee brauchen wir nicht kleine drohne die macht doch nix der kleine eiltränke ich werde dich wahrscheinlich gleich gebraucht ok ok kinesium fackeln ich nehme eine habe ich abgegradet mit mods wenn ich weiß wo sie sind ich weiß wo sie sind naja sieht man den unterschied was haben wir hier drin schönen typen schaut gut aus kleiner ja was meine fackel ist weg was war es mit dem magnesium fackel ich möchte nur so wenig falls die rüstung drin liegt im konverter werde ich sie nie finden auf die fackel zu droppen mann finden wir nie die rüstung versteckt ist doch die fackel schon wieder du hast zwei hände du hast zwei hände checks zwei hände auf meine zu benutzen kannst mit der linken hand den knopf drücken den man nicht verfehlen kann hier ist eigentlich ziemlich extrem dunkel drin froh dass sie in lx2 die taschenbampein geführt haben ein weiterer kleiner vorteil wenn man sich nicht bedenkt verdammt hier ist dunkel drin hier haben wir schon gehackt er kann duten wenn dann zwei hände soldaten herum ja das wird alles sein was hier ist mit einem konverter drinnen das wird eine weile dauern das war wohl nichts es ist es ist es ist ich sehe gerade dass diese passen leichter sind als die in lx2 das ist mit blau markiert haben wir können die türme abrennen für mehr lx-armor an der lx-armor die meine fucker wieder man sieht doch nichts hier drinnen dumm checks ob separatistenrüstung im separatistentum liegt das wird doch würde doch sinn ergeben dass die fucker ewig hält doch fucker ist nicht lang gehen wir in die frische luft da hätte man das licht einlassen können doch so schauen wir mal ob wir den soldatenhelm ich meine ich habe so viele helme da wird mir den unterschied wahrscheinlich nicht viel erkennen ok das ist der neue helm der schaut gut aus ok dann hätten wir das auch geklärt ja ein paar locations habe ich mir angeschaut wo man was machen kann und wir werden jetzt wahrscheinlich hier gefährtenmissionen machen und dann upgraden zum märz-beserker aber ein bisschen alprüstung jagen und sonst so eine sache also alprüstung jagen ja wo von werter nord von werter schauen wir hier wieder rein da geht es eh mal ab und ich schock ich habe keine energie gebraucht guter werter 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 wir brauchen Geld wo das neue geld das elix geld nicht den alten dreck werter benach miese gegend ganz miese gegend zwei schüsse drin ich helfe dir was gemacht das hat gar nichts gemacht wahrscheinlich mal am start Komm schon, Ray. Ich knick jetzt da. Hey, Todelländer mit. Todelländer mit. Todelländer, bitte. Geht schon, Todelländer, bitte. Ja. Neue Dodge-Taktiken. Ich in jedem Spiel sowieso anwende. Du hast einen Deutschen dran denken. Oh. Oh, der Geisterbogen war für nichts. Ich bin kein Fan, den Bogen in Elex 1. Elex 2 hat bessere Bögen. Kann man schon mit Bögen spielen. Nicht vermasselt oft. Wollte ich nicht was essen auch noch? In diesem echten Leben, da wird nichts gegessen. Das ist nicht effektiv. Essen kostet zu viel Zeit. Wer isst denn schon? Warme Suppen. Oh, warme Suppen sind geil. Die Energieriegel, die gefallen mir am meisten. Die werden auch gegessen im echten Leben. Ja, die Proteinriegel, nicht die Energieriegel. Okay, mal schauen, ob wir da was cooles kriegen. Auf jeden Fall kein Licht, wie es ausschaut. Wollte meine Magnesienfackeln schon verbraucht. Geht auf, da mit uns. Aber da sind wir auch schon zum dritten Mal oder so drinnen. Da gab es in Elex 2 keinen Converter zu besuchen. Die innerlichen, innerlichen, Innenräume von Convertern meine ich. Nur zwei Zerstörte, die von außen so anschauen waren. Das wäre auch cool gewesen. Mal die Converter und Zerstörten von innen anschauen. Ich sehe nicht so schön. Das sind meine Weißplanes in der Rüstung. Rüstung. Okay, hier muss ich mich umschauen. Ob da Rüstung rumliegt, wenn ich was sehen würde. Da war was. Ray. Dann will ich nicht looten. Das ist was ich hier irgendwo. Hier wird sie nicht drin sein, aber weiter droht zum Hecken. Das war wohl nichts. Ich muss so vorsichtig das drücken. Zu einfach. Was so sensitive ist. Geh, Lex. Plasmazelle. Alles nehmen. Alles einfach nehmen. So, wo ist die Rüstung? Oh, je. Das ist der Dunkel hier drinnen. Dass ich sie nicht sehen kann. Das ist die Rüstung. Das wird sie doch nicht jedes Mal in einem anderen Raum versteckt haben, oder? Ja. Okay, dieses Mal hast du den Highcrowns. Ausnahmsweise. Verdammt, hier ist dunkel drin. Ich bräuchte echt einen Dichtschalter. Seht euch das an. Soll ich hier Wege der Rüstung finden. Ich glaube, ich kann mir wieder Magnesiumfackeln dann kaufen. Dann gehen wir noch mal durch. Purpen. Schäfebrocken. Das ist keine Rüstung, keine Legendäre. Oh, das war das. Helex. Ein bisschen Helex. Ich bin froh, dass du das Piepsen wiederhören kannst. Das alte Konverter Piepsen. Oh, ja. Keine Rüstung für mich. Keine Rüstung für mich. Ich hoffe, sie sich irgendwo in einem dunklen Raum übersehen. Okay, okay, okay. Irgendwo haben wir noch eine Mission, wo wir Leute zerstören müssen. Oh, das ist nicht hier. Ja. Oh, das ist perfekt. Perfect. Tronimo. Let's get us out of here, there's too much talking in the swaths, in this atmosphere, not this one, let's get us out of here. Goddammit, let me smash. I'm pressing the Star Wars buttons for fighting. It's just... it's just ice, man. Just a little bit of ice. Oh, boy. Oh, boy. Diese Gegner. Diese Gegner. Okay, bist du bereit, Ray? Dann rennen wir rein mit der Wachtwelle. Schauen wir, ob wir gleich mal Schaden machen können bei ihm. Mist. Was ist mit Ray? Hey! Okay, das Mord hat die leichter gemacht. Oh, den hab ich gar nicht bekämpfen müssen. Der ist doch schon tot. Wir sind Lebende. Hey Jungs, ich bin einer von euch. Ich tue euch doch gar nichts. Was geht ab, Team? Schade. Dann bin ich vorbei an. Immer ein Ding. Leben der Typ. Er hatte Leben, der Typ. Ich will gar nichts von dir. Ich will doch nur looten, Mann. Nur looten. Okay, da haben wir ein paar Arps weniger. Der Big Bang, Geduld. Arps. Gehen wir wieder zurück zu ihm. Schauen, was hier abgeht. Ich habe genug Alblut. Dann kann ich sogar was verkaufen. Dann eine Off-Episode. Dass ich halt nochmal schlafen. Dass ich genug Mana habe. Lässig, wie im Bilderbuch. Gefällt dir meine Bude, Mann? Du musst woanders schlafen, aber... Und wehe, du schaust mir zu beim Schlafen. Verwärts, Link. Das ist nicht zu übel hier, oder? Ja, besser. Ich glaube, ich kann meine Alp-Rüstung verkaufen. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Rüstungswerte die haben. Im Gegensatz zu Berserker-Rüstung. Ah, da, Rüstung. Ah, schau. Da ist besser, da ist schlechter. Ich meine, es ist nur die Soldaten-Rüstung. Die anderen habe ich noch gar nicht gefunden. Aber es gibt eine Notiz, wo die Sachen versteckt sind. Ob ich sie dann finde, ist was anderes. Aber das wird immer ein bisschen verteilt sein in den Episoden. Das ist ein Neu-Sprecher. Oh, die Probleme wieder auftauchen. Hahaha. Gut, dass du da bist. Es ist vollbracht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sagen wir, ich habe dir zu Ehren mit ein paar Freunden ein Festmahl zubereitet. Du hast Freunde? Du wärst überrascht. Als mein Ehrengast darfst du jedenfalls nicht fehlen. Und eine Abwechslung kann schließlich nicht schaden. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Dann, geh voraus, Mann. Dann, geh voraus. Jetzt nicht. Oh, okay. Mh, lecker. Da wären wir. Was zum... Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das essen. Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrend ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Auf den zweiten Blick ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Das zarte Fleisch meiner Freunde. In Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. Ich zeig dir gleich eine wahre Explosion. Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alpkommander bringen. Was soll ich sagen? Der Plan ist aufgegangen. Du hättest mir wohl kaum zu einem Festmahl verholfen, wenn ich dir verraten hätte, wofür ich sie benötige. Und was ist mit deinen Gehirnforschungen? Du kennst die Antwort. Es hat nie Forschungen gegeben. Der Zweck heiligt gelegentlich die Mittel. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider habe ich nur Verwendung für dein Herz. Die Bestie von Xarkor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mahl ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Mal ehrlich. Lass den jemand leben. Pass lieber auf, dass dein eigener Kopf nicht in der Suppenschüssel landet. Lassen wir es darauf ankommen. Ich greife an! Schaut mir zu, Ray. Ah, nein. Oh, Puddel in der Mitte. Puddel in der Mitte. Das war's. Gibt's dazu nichts zu sagen? Ich lasse lieber das Fleisch liegen. Das Brot nehmen wir. Das Brot ist gut. Die Suppe, ne, die lassen wir auch liegen. Ähm. Nichts. Willst du was sagen? Alles noch dran? So gerade noch. Okay, okay. Anscheinend interessiert es niemanden. Hast du das gesehen, Ray? Gleich wie Duras. Was für ein Idiot. Ray, Ray. Ich behalte dich bis zum Schluss noch am Leben. Wie soll das alles bloß enden? Was? Hat man getötet? Alles klar, Brony. Ende. Du hast was zu sagen? Ja, wieso nicht. Bring mir etwas bei. Sicher. Beispiel. Fäuschen, Kampf, Theorie. Warum nicht? Das wäre heute nicht persönlich. Ah. I don't care right now. Gruppe. Nee, die können mich mal. So bleiben nicht viel übrig. Wir müssen hier schauen, dass die Geschichte von Elex 2 übergeht, ohne Probleme und fortgesetzt werden kann mit den gleichen Charakteren, die existieren schon. Wenn man weiß, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich meine, aber... Eyo, hast du was für mich? Bring mir etwas bei. Natürlich. Natürlich. Na, Kampf. Ich hoffe, der dann. Cool, cool. Jo. 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 Ich gehe schauen, ob mein Audio alles passt, bevor ich mit den Main Stories weiter mache. Tschüss. Tschüss.